Hallo zusammen, wir möchten Ihnen gerne eine Methode zur Entwicklung von Kompetenzen vorstellen. Eine grundlegende Frage dabei ist, wie gelingt Kompetenzausbau überhaupt? Am besten durch Übung, durch Ausprobieren, dann gegebenenfalls Modifikation und erneut im Probieren der neuen Kompetenzen oder Verhaltensweisen. Dieses Trial-and-Error-Prinzip kann im Arbeitsalltag jedoch nicht immer ohne Probleme und Folgen umgesetzt werden. Wie also können dann Kompetenzen entwickelt und geübt werden? Nehmen wir einmal an, es geht um den Ausbau von Führungskompetenzen. Wie können diese nun nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch trainiert werden? Zum Beispiel im Rahmen eines Planspiels, in unserem Beispiel in der Variante eines Führungsplanspiels. Dieses ist auch unter dem Namen Management Exercise oder Unternehmenssimulation bekannt. Im Rahmen des Führungsplanspiels kann man auch von Führungssimulationen sprechen. Der Name Planspiel verleitet dazu, an ein Brett- oder Computerspiel zu denken. Diese Variante meinen wir jedoch nicht, wenn wir von Planspiel sprechen. Aber was genau kennzeichnet nun unser Planspiel? Wir möchten es Ihnen kurz erklären. Ein Planspiel ist eine realitätsnahe Unternehmenssimulation und eine handlungsorientierte Lernmethode. Charakteristisch dabei ist, dass nicht nur mit dem Kopf gelernt wird, sondern das Lernen durch aktives Handeln und emotionales Erleben stattfindet. Ein Bestandteil der Führungssimulation ist eine sichere Gesprächssimulation. Des Weiteren geht es im Planspiel um reales Üben und um Feedback. Zu diesem Zweck findet das Planspiel in einer der Realität nachgebildeten komplexen Situation statt. Das Situationsszenario spiegelt somit die alltäglichen berufsbezogenen Anforderungen, Herausforderungen und Aufgaben wieder. Dazu nehmen die Teilnehmenden des Planspiels verschiedene Rollen innerhalb eines simulierten Unternehmensszenarios ein und interagieren miteinander. In den jeweiligen Rollen, zum Beispiel Führungskraft oder Mitarbeiter, bekommen die Teilnehmenden eine Rolleninstruktion und eine Beschreibung des Szenarios der anstehenden Spielrunde. Eine Spielrunde dauert in etwa 100 Minuten und stellt einen komprimierten Ausschnitt der Unternehmensrealität dar. Anschließend werden verschiedene Aufgaben, die den Anforderungen der realen Arbeitsumgebung entsprechen, an die Teilnehmenden gestellt. Dies gilt es zu erledigen und zu lösen. Dabei kann es sich um Routinetätigkeiten sowie um komplexe Aufgaben oder Problemstellungen handeln. Diese werden entweder allein oder im Team bearbeitet und erfordern Führung, Motivation, Feedback und Delegation durch die Personen in der Führungsrolle. Während einer Spielrunde bekommen die beteiligten Personen häufig ergänzende Rolleninstruktionen und werden gebeten, ihr Verhalten dieser anzupassen. Da es im beruflichen Alltag nicht immer reibungslos läuft, werden je nach Anforderungen Störungen durch die begleitenden Trainer und Trainerinnen eingebracht. An jede Spielrunde schließen sich die Selbstreflexion sowie eine Feedbackrunde an, um eine Reflexion des Verhaltens und ein Lernen auf Basis der Erfahrungen zu ermöglichen. Sie sehen also, dass es sich bei einem Planspiel um eine komplexe Lernsituation für erforderliche Verhaltensweisen oder Kompetenzen handelt. In Kürze geht es bei einem Planspiel um Selbstreflexion, Feedback zum eigenen Verhalten und zur eigenen Wirkung, Weiterentwicklung durch die eigene Standortbestimmung, die Chance, in einem geschützten Rahmen neues Verhalten bzw. neue Kompetenzen zu lernen und ausprobieren zu können und das ohne reale Folgen. Einen Erkenntniszuwachs durch das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven, das Sammeln von neuen Erfahrungen und einen Abgleich von Selbst- und Fremdbild. Ein Planspiel wird Ihrer Unternehmens-, Bereichs-, Abteilungs- oder Teamsituation nachempfunden. Die Szenarien liefern Sie und wir liefern das Konzept. Folgende Varianten des Management-Exercise wurden bereits von uns entwickelt. Führung, Change-Management, interkulturelle Kooperation, Projektmanagement und Sales-Interaction. Andere Themenfelder sind selbstverständlich auch denkbar und von uns für Sie realisierbar. Wir sind gespannt auf Ihr Anliegen und Ihre Unternehmenssituation. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gern. Bis dahin mit den besten wünschen, Ihre Grow-Up-Management-Beratung.